Hallo liebe Studentinnen, hallo lieber Student. Wir bleiben weiter bei unserem Übungsteil Grammatische Transformationen Seite 9 zum Thema Karlsruher Trinkwasser aus Neptuns. Transformieren Sie bitte nach unseren Anweisungen. Unser Ausgangssatz lautet die Stadtwerke sanierten und modernisierten den Neptunbrunnen. Nummer 2. Bilden Sie das Passivpräteritum. Nummer 3. Bilden Sie das Passivperfekt. Nummer 4. Bilden Sie das Passivpräsens. Nummer 5. Bilden Sie das Aktivperfekt. Nummer 6. Nominalisieren Sie die Verben. Beginnen Sie mit Es fand etwas statt. Nummer 7. Bilden Sie jetzt die indirekte Rede Vergangenheit im Aktiv. Und Nummer 8. Bilden Sie die indirekte Rede Vergangenheit im Passiv. Lassen Sie Ihr schriftlich Niedergelegtes möglichst von einem Deutschen, von einem Muttersprachler auf die Richtigkeit korrigieren. Wir werden Ihnen in Kürze im Beschreibungsteil des Videos die Lösung nachliefern. Also dann können Sie auch bei uns kontrollieren, was Sie richtig oder was Sie hoffentlich nicht falsch gemacht haben. Tschüss, bis zur nächsten Übung.